Hey DJ, the party don't stop DJ, let's go Hallo und herzlich willkommen zu Let's Multiplay, Call of Duty, Modern Warfare 2 mit mir, Allerwacht19390 Auf der Map, Afgan, im Spion des Steam-Dash-Match, jawohl Ach nee, jetzt auf jeden Fall, ich sag gleich warum Und zwar, FAL, Vollmantel, Rafika, Vollmantel, Samtex, Bankramatel, Lunera Pro, Eiskalt Pro, Ninja Pro, Schmerzmittel Ja, ich hab eben schon mal versucht aufzunehmen, aber nö, schön Skidrow, schön FAL Easy peasy, dachte ich mir so, geil Ist auch erst zum Anfang, war auch recht gut zum Anfang Das Problem war nachher bloß, Skidrow, ihr kennt's, ist eine schöne Camper-Map Wer da halt campen möchte, man kann da auch definitiv ordentlich campen Wo ist er denn? Ach, er campt da hinten, ich fass es nicht Genau, ist halt eine schöne Camper-Map Und ja, die haben's natürlich ausgenutzt Die saßen in jeder verdammten Ecke, scheißegal wo Auf jeden Fall saßen die in jeder Ecke, wo man sich überhaupt nur vorerstellen kann Dass man da sitzen kann Die haben einfach abgecampt, vor allem das Lustige war auch Dass der Camper sich über die Camper aus meinem Team beschwert hat Und so wie es hier schon wieder losgeht Ja, geht das gleiche los Haben wir nur gut egal Ja, diese Woche auf jeden Fall ein bisschen MW Weg da Äh, MW 2 Also heute Morgen Fick dich Also heute Morgen und am Freitag Ey, das kann doch nicht wahr sein, dass die schon wieder nur am Noob-Tum sind, Mann Was sind das denn für Vollidioten? Es kann, es gibt es doch gar nicht Wie besch, ohne Scheiß, Mann Wie beschränkt muss man sein? Wo ist der denn, Übung? Äh Na komm Ey, ich hab den doch schon angehittet bis zum Gehtnichtmehr Das kann doch nicht wahr sein Der muss doch schon tot sein Und dann rennt er noch mit der H12 von mir, Mann Wie viel Krebs soll man Wie viel Krebs soll man denn noch kriegen? Ohne Scheiß, Mann Die spielen hier schon wieder ein Mist zusammen Oh Mann, ey Ich weiß nicht, was mit denen los ist Wie kann man so einen Schwachsinn zusammenspielen? Vor allem denn campen die dann noch Bis zum Gehtnichtmehr Das geht natürlich auch noch Irgendwie Keine Ahnung Äh Zeigt er sich zu doll? Ne, schade So, hier haben wir auf jeden Fall Wieso blocke ich denn da jetzt? So, den nehmen wir mit Aber na gut, egal Alter Mann, ey Wieso rennen die denn alle hier mit Schroflint um hier? Und Noob-Tum Warum tun die sowas? Ja, scheiße Und er mit der AA12 Wenn es eine Model oder sonst irgendwas wäre Oder irgendwie eine normale Aber keine Autoshotgun Was ist mit dem schon wieder falsch? Wo ist er hin? Ey, die sind nur Ey, die sind nur am Camp, Mann Was ist das denn? Können die überhaupt irgendwas, die Jungs hier? Ich glaube irgendwie nicht Vor allem Für solche Leute habe ich Irgendwie die Falsche Klasse Oh Na, scheiße Ich werde nur Weggetubt, Mann Was ist das denn? Ey Das ist doch behindert, Mann Wie kann man denn so eine Scheiße spielen? Wie kann man denn so So eine Rotze hier zusammenspielen? Das Das kann doch nicht wahr sein, Mann Sowas habe ich eigentlich nur In meiner In der Anfangszeit von MB2 gelebt Dass hier nur getubt wird Na gut Wenn die halt nichts anderes können Gut Kann ich verstehen Wenn die halt so scheiße schlecht sind So, dann nennen wir die halt beide mit Und der steht da wieder, Mann Das kann doch nicht wahr sein Er spielt eine FHL Man, eine mit der geilsten Eine mit der geilsten Waffen hier in MB2 Und er steht da Und wird Und tubet einfach nur Was ist mit denen nicht richtig? Da ist keine So, den schalte ich ganz leicht aus Gut, ganz leicht nur Auch nicht Ja gut, das war meine Schuld Das sehe ich ein Aber trotzdem Na gut, 10, 9 Ist jetzt nicht allzu problematisch Bei den behinderten Leuten Die hier am Start sind Ah, immer noch ein Assess Immer noch das Die sind nur einfach nur hier am Tube Ohne Scheiß Nur am Tube Diese Deppen Weil sie irgendwie Nichts anderes können Kann das irgendwie sein Ich hab echt irgendwie das Gefühl Na egal Auf jeden Fall Oh Mann, nee Diese Rage schon wieder Auf jeden Fall Fick dich Auf jeden Fall Wollte ich Habe ich mir so überlegt Eventuell Eine Monatsmitgliedschaft Zu holen Bei Xbox Live So, dass ich dann mal Black Ops 1 Über die Xbox Halt bringen kann Und World at War Ich hab keine Ahnung Ob inwiefern Da noch überhaupt Aktive Spiele sind Aber ich denke mal Ist Xbox So, und dann bin die beiden mit Dann geh ich halt auf Raffica, Mann Hab ich auch kein Problem mit Spielen wir mal ein bisschen Raffica So, wenn er so blöd ist Und sich da vorstellt Nimm ich das einfach mal so mit Oh Mann Ah Scheiße Hab ich zu spiel gesehen Und er spielt G-18 na Kimbo Äh, aber hin Er spielt G-18 na Kimbo Ist mal was anderes Äh Sag Er spielt G-18 na Kimbo Er ist uncool Und er spielt G-18 na Kimbo Oh Mann, nicht Als wenn man hier nicht schon genug Irgendwie Krankheiten kriegt man Bei den Spielweisen Die die hier am Tag liegen Oh ne Scheiß, Mann Immerhin 17-11 Oh Mann, ey Oh Mann, oh Mann, ey Also Ihr seht grad Hi, live Also wenn ihr MV2 Noch nie von Anfang an gespielt habt Also Ne Sondern nur Black Ops 2 Oder sowas kennt So War MV2 Eigentlich anfangsweise Das war Wo sind sie denn schon hier alle Also so hat es eigentlich angefangen Jeder stand irgendwo Und hat Genugtube Gekämmt Bis zum Geht nicht mehr Und er meinte Irgendwie ist cool G-18 na Kimbo Denn auch noch am besten Mit dazwischen Ach, hey Auch noch Das passt auch noch Irgendwie so rein im Schema Fuck Strohflinten waren auch Recht vertreten Aber nicht so viel Jetzt wie hier Da war es denn noch Bisschen skillbelastet Aber hey 18-12 Oh Mann, ey Oh Mann, oh Mann, oh Mann Na gut, egal Ich würde sagen Ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen Viel Rage schon wieder Aber kann man halt nicht ändern Auf jeden Fall Ich würde sagen Vielen Dank fürs Zusehen Ich bin raus Ich bin Adelbach1993 Bis zum nächsten Mal Und ciao Leute Bis zum nächsten Mal